Was geht, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich Willkommen zur Goldenboy Show. Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir rufen heute die ersten Kämpfer auf für die Abwaage. Und ich darf euch vorstellen, als Ersten Saifullah, der kämpft gegen Lewand. Gegen Dahar. 40-6. 40-6. Dahar? Ja. 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 Das ist dein Gegner? Ja. Dann hab ich das. Dreh wirklich mal ab, Bruder. Du. 45-1. Ich nehm heute noch weg. Bruder, wie willst du morgen noch runter? Ist dir das egal? Ich hab' mir geschohes. Das passt dir, dass er 45 wiegt? Ja? Passt. Ihr müsst eins wissen, wie alt bist du sein, Fullah? 11. 11. Wie alt bist du? 5 Kilo schwer als er. Er ist 15. Er ist 14. Er ist 11. Das sind drei Jahre Unterschied. 5 Kilo Unterschied und ihm ist das trotzdem egal. Macht mal Applaus für den jungen Mann. Er ist 15. three Jahre Cry. Er ist 15. Er ist 15. Tief vieles. Er ist 15. Als zweite Kampfpaarung ist Emirhan Yildiris gegen Lewand. Schuhe ausziehen. Lewand, entschuldige, Bruder. Jede Einzelne reinkommen, okay? 57, 2. 58 war abgemacht. Passt. 7, 2. Das passt. 7, 2. Nach vorne schon. Nach vorne schon. 5, 3. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3. 2, 1. 3. 3, 2. 3, 2. 3. Gegen Kostic Leonard. Ich ziehe Schuhe aus. Kostic Leonard. Warte, ruft die Einsen rein, Bruder. Ja. Bruder, dieser Kostic Leonard hat auch Karten bekommen. Der muss auch noch welche. Komm mal raus, Bruder. Sieben weg dich mal auf die Waage, bitte. 64, 4. Stark. Stell dich rüber. Nein. Kostic. Stell dich auf die Waage, mein Bruder. 63. Face-to-Face. 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 Kostic. Face-to-Face. So. Nach vorschauen. Danke. Danke. Ciao. Bruder. Da haben wir Arda Polat. Nein, geht schon. 68, 2. Komm her. Gegen Ryan Jebre. Komm auf die Waage, Bruder. Komm auf die Waage. Auf die Waage, Bruder. Wie viel hast du? Ich weiß nicht, 68. 68. Warum so viele Unterschiede? Ausgemacht war 60 Kilo. Nein, 65. 65. 65. 65. Du hast nicht abgenommen, du hast nicht zugenommen. Du hast nicht zugenommen. Was ist jetzt? Ihr könnt entscheiden, willst du kämpfen? Ich kämpfe nicht. Ja. Mach es Face-to-Face dann. Dann mach es Face-to-Face. Nach vorschauen. Danke euch. Danke euch. Dann haben wir Tenef David. Tenef David. Schuhe aus dem, oder? 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 Das ist 10 Kilo Unterschied, Bruder. Nein, Bruder, das ist 10 Kilo Unterschied. Was haben Sie ausgemacht? Ausgemacht war es 70 Kilo, Bruder. Bruder, es war ausgemacht 70 Kilo. Du hast 10 Kilo mehr als wir. Geh mal runter von der Waage. Du hast 10 Kilo, das sind 10 Kilo Unterschied. Ausgemacht waren 70 Kilo. 75 Kilo wären auch noch okay gewesen. Ich habe einen Vorschlag für dich. Wenn einer von euch kämpfen will, heute 70 Kilo. Wir können kämpfen. Und wenn er will, wir können uns auf der zweiten Golden Boy Show treffen. Und wir machen das in der zweiten Show aus. Wäre das alles für dich? Perfekt, Bruder. Passt es? Super. Danke, Jungs. Will ihr immer gegen ihn kämpfen? Ja, wir kämpfen. Da, da. Wie heißt du, Bruder? Rüben, da. Lehmannia, okay. Gut, der ist also. Servus. Was ist für dich? 4 Kilo Unterschied. Also du bist 70, oder? 70. Passt für dich? Bruder, wie heißt du? Lehmannia. Wie noch? Lehmannia, Miloarovic. Wie lange boxst du schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Was ist für dich? Passt. 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 Nach vorschauen. Geh mal. Super, bravo. Chan Mohamed. Arda Aksoy. Pardon. Arda Aksoy. Arda Aksoy. 60 Kilo. Bravo. Face to face. Geh mal. Nach vorschauen. Dieser Alex von dir ist ja da. Ja, ja, ja. Ist er? Passt. Danke. Danke. Dann haben wir Aaron Chapachi. Ja, Bruder. Wo ist Aaron, ne? Mahdi, 85 Kilo. 87 Kilo. 2 Kilo Unterschied. Passt für dich? Face to face. Geh mal. Okay, nach vorschauen. Passt. Danke. 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 Alex. Wo ist er? Oh, da ist er. Servus, Alex. Wie geht's? Alles gut? Alex, dein Gegner konnte heute leider nicht kommen. Nicht nur ohne Schuhe. Ohne Schuhe. Er hat leider nicht frei bekommen. Ich weiß nicht, wie viele er wichtert. Ja, wir klären das auf jeden Fall. Wir sagen dir noch Bescheid, wie viele. Pass, Bruder. Wie viel willst du haben? 66 Kilo. Auf 70 habt ihr euch geeinigt, oder? Komm, schau auf die Kamera, Bruder. Lass dich fotografieren. Stell dich hier, stell dich hier, stell dich hier. Und genau, nach vorschauen. Zeig Finger, Bruder. Passt, danke, Alex. Unmut, komm rauf. Schuhe aussehen. Ja, komm mit Fahne. So ist das jetzt, ne? Ja, komm mit Fahne. Mutz! Mutz! Hier, her geht's schon, stell dich auf. 74,4. Passt, geh runter. Geh nur an die Ecke, Bruder. Abdurrahman. 72,5. 72. Face to face. Komm. Nein, nein, nein. Schau mal nach vorne. Nach vorne, geh mal. Achmed Kahn-Akaia! Wenn du kannst, schon, wenn nicht, kein Problem. Kein Problem. 128! Aber das Schwergewicht ist eigentlich egal. Passt, Bruder. Dann haben wir Alex Wiedel. Bruder, ab 100 ist eigentlich egal Gewicht. Stell ich mal auf. 96! 97! Das ist ein 30 Kilo Unterschied. Ist dir egal? Kost. Ruhe, 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 ruhe. Morgen können wir das alles machen. Schau mal nach vorne. Kampfitner wird hier auf einmal gemacht. Applaus! Koray Yabas! Wo stelle ich denn? Komm mal, komm mal auf. 79 Kilo! Gegen Seat! Komm mal auf. Oh, Seat! 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 Komm! Face to face! Anni! 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 Danke! Urim! Wo ist Urim? Wo ist Urim? Urim, komm mal auf. Einfach rauf stellen, Bruder. Urim, hast du cooles Socken, Bruder. Egal, Bruder, Hauptsache... 83 Kilo! Passt! Komm, 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 komm! Gegen... Oh, Hannet! Alle Hoppe! Jungs, bleib's professionell. Mach's kein Fitness. 85, 8. 85! 85! 84, ja, war ausgemacht. Das soll sich ausgehen. Was für dich? Face to face, geh mal! Gibt's euch! Nein, 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 nein! Ruhig, 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 ruhig! Geh mal, schau mal nach vorne! Schau mal nach vorne! Bleib's cool! Kannst du dich fotografieren? Geh mal! Komm, komm, komm! 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 Tamirlan! Fette, ja. Schöne Schuhe, ja. Wie schön grüß hast du? Passt dich, ich nehm mich später. Wie viel wiegt Tamirlan? 70. 70 Kilo! Passt, Bruder. Tamirlan gegen Beton. Sam, Bruder. Stell dich nur auf, Habibi. 68. Aus Linie, Alter. Aus Linie, Alter. Aus Linie, Alter. Aus Linie, Alter. Das nenne ich doch, Bruder Respekt. Habibi. Nach vorne schon. Arsene! Arsene! Alles klar! Achtunger! Achtunger! Mustafa! Das ist ein Problem, wir haben nichts mehr zu tun. 93! Face-to-face. Nach vorschauen. Applaus! Dann haben wir noch einen Kampf und dann ist es aus. Ich habe es nicht genug geschafft. Ja, ja, brav. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Mahmoud! Aleikum Salam! Mahmoud! 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 82 Kilo gegen Angelo Kostic. Ich muss da noch was sagen. Steh dich raus, oder? Einfach nur rausstehen. 80 Kilo! Face-to-face, geh mal. Ruhig, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Wie kämpft's morgen? Wie kämpft's morgen, bitte? Morgen machen wir das. Nach vorne schauen, geh mal. Nach vorne schauen. Nach vorne schauen. Ruhig, 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 ruhig. Geh mal. Komm, Bruder, hier. Machen wir Fotos, geh mal. Wuhu! 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 Besserhaft. Wuhu! Danke, Bruder. Mustafa! Gegen. Mustafa! 65. Er sagt, ich wieg nicht zu mir. Warte. Jetzt. Fünf Kilo Unterschied. Was haben Sie ausgemacht gehabt? Ausgemacht war 63. 63. Du bist ... Letty Hudson. Letty. Hau, halt. Face-to-face, geh mal. Und jetzt Max noch. Schaut's nach vorne. Zu Leppe irgendwo. Ja, Alter. Dann haben wir Max gegen Jelic Mario. Ist der Max da? Fotos, auf die Bandage? Ha? Fotos oder normale? Normale Bandage? Das reicht, Bruder. Bleib noch da, Bruder. 83,5. Komm hier, Bruder. 80,5 Komm, face to face Applaus Bis morgen, Jungs Ich habe noch was zu sagen Weil alle so zählreich erschienen sind Und alle so motiviert sind zum Kämpfen Habe ich mir gedacht Machen wir so eine kleine Preisverleihung Das beste K.O. kriegt von mir 200 Euro Applaus Wartest du Plus Mansur hat sich auch was überlegt Der beste Kampf Seiner Meinung nach kriegt ein Monat gratis Hero-Mitgliedschaft Applaus Und wir haben hier einen Bruder Der Supplements vertritt Bruder, vielleicht Das kann ich nicht so gut erklären wie du Komm her, mein Bruder Erzähl den Leuten was So, ich werde auf Deutsch machen Damit das jeder versteht Ich vertreibe mittlerweile Sportnahrung Im Bereich explizit Aber auch für Kämpfer So wie UFC, MMA Für Kraftausdauer Für enorme schnelle Wiederherstellung Von Körpern nach den Trainingseinheiten Aber auch für den Verdauungstakt Und verbessert auch Das Immunsystem Es gibt aber auch für Leute Die einfach nur für sich selbst trainieren Zum Beispiel die Gym gehen Mit Gewichten trainieren Auf der linken Seite Wer Interesse hat, kann vorbeikommen Die Dosen sind auf 42 Stück limitiert Wer schnell ist, kann sich eins greifen Der andere kann vorbestellen Das wird aber inshallah auch nur Maximum zwei Wochen dauern Bis die Darn kommen Und ja Hauptsache von dem Produkt Die Herstellung basiert sich Basiert sich auf Trockenfrüchte Geschmack ist meiner Meinung nach einzigartig So wie ich bin kein Fan von Proteinshake Und Resultate von ihnen Kann man nach sieben Tagen schon Also auf jeden Fall erreichen Wenn jemand Gewicht zulegen will Genauso Aber wer auch abnehmen will Genauso Aber sowohl auch zum definieren Und für Leute Die Eigentestosteronspiegel Ziemlich niedrig ist Der wird aber auch ziemlich erhöht Aber auf natürliche Basis Allerdings Was jeder wissen muss Ist Das so wie beim Wildmass Und Energymass So wie beim Balanceplus Und Slim Ein Teil der Chemie enthalten ist Sowohl aber auch Die höchste Qualität Was es überhaupt am Markt gibt Mit hineinverarbeitet worden ist Das ganze Fokus basiert sich darauf hinaus Dass man keine Nebeneffekte hat So Die Dosen Zum Beispiel Energy Crossfight Ist explizit für Kämpfer gedacht worden Kann aber auch einer Der zum Beispiel Gym geht Genauso benutzen Genau Jungs Jungs Wenn jemand bestellt Einfach Zu Shamilcon Und sich bestellt Oder da gibt es auch welche Die direkt kaufen können Also ich probiere es mir auch einen Der ist Masern Der ist Masern